Auf der Webseite von Saal Digital können wir die Saal Design Software kostenlos herunterladen und unsere Fotoprodukte ganz nach unseren Wünschen gestalten. Wenn wir auf jetzt bestellen klicken, scrollt die Webseite automatisch nach unten zur Downloadseite. Neben der Saal Design Software steht auch der Webshop zur Verfügung. Wir empfehlen jedoch die Software herunterzuladen, damit wir neben anderen Vorteilen auch alle Design Tools im vollen Umfang nutzen können. Um diese herunterzuladen, müssen wir, wenn wir mit Windows arbeiten, nur auf Download klicken. Eine macOS Version steht natürlich auch zur Verfügung. Der Download beginnt automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, klicken wir einfach hier. Auf der Seite, auf der wir uns jetzt befinden, stehen viele Software Tutorials bereit, die sehr nützlich sein können. Nun öffnen wir den Ordner, in dem wir die Installationsdatei heruntergeladen haben und öffnen sie mit einem Doppelklick. Jetzt wählen wir aus, wo die Software installiert werden soll und klicken auf Installieren. Vor Abschluss der Installation haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, ob die Software sofort gestartet und eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt werden soll. Jetzt klicken wir auf Fertigstellen und schon ist die Saal Design Software installiert und wir können mit der Gestaltung unserer Produkte beginnen. Wie bei der Installation festgelegt, öffnet sich nun die Software. Außerdem wurde wie gewünscht auch eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt. Ein letzter Hinweis, sowohl auf unserer Webseite als auch auf unserem YouTube Kanal finden wir Tutorials, die uns bei der Verwendung der Software helfen und auch als Inspiration für tolle Designs dienen können. Viel Spaß beim Gestalten!